Ach Alter, was geht ab Leute? Wir testen alle Urus Getränke. Heute ist Nate Diaz vs Jake Paul der Kampf. Die Jungs kommen vorbei. Ich dachte mir, Urus passt ganz gut dazu. Weil irgendwie macht Floyd Mayweather auch dafür Werbung. Floyd Boxen hat gegen Logan Paul gekämpft. Jake Paul auch Boxen. Wird schon irgendwie zusammen passen. Wer bist du heute? Eure, gute Frage. Ich glaube ich bin für Nate. Aber Jake Paul finde ich auch cool. Der hat auch ein Gespräch mit Andrew Tate und so. Bin echt gespannt. Aber ich glaube Jake Paul gewinnt. Ich bin auch. Und ja, ich bin einfach der Bessere. Der soll gewinnen. Bitte Kampfgeist. Nicht dieses hässliche Aufgeben oder Umfallen. So, die Getränke letztens, die ich gefunden habe, wo ich Gönnergy gesucht habe, passend heute, weil da war irgendwie Mayweather drauf. Heute ist Fight Night. Sein Bruder hat gegen Mayweather gekämpft. Deswegen testen wir hier mal. Urus. Ich habe gesehen irgendwie, Knossi hat auch Werbung dafür gemacht. Was sagst du, dass Knossi Werbung an dem Tag macht, wo Montego nicht war? Boah, das wollte ich dich auch fragen. Ist das nicht maximal provokant? Doch. Ich finde das ernst heftig. Ich finde das nicht so cool. Ich finde es auch nicht cool. Knossi ist schon schlauiner Schlingel manchmal. Er tut sich wohl in die Opferrolle aber schon guter Schlingel. Das stimmt, das finde ich auch. Wir haben hier Kiwi, Limette, Apfel, Acai, schwarze Traube, Erdbeer, Ananas. Und das willst du anfangen? Aber der Erdbeer, Ananas. Ich bin mega Erdbeer und Ananas Fan. Aber so zusammen hatte ich die Kombo glaube ich auch noch nie. Auch noch nie. Ich weiß nicht, auf einmal war dieses Getränk da. Keine Ahnung, woher das auf einmal stammt. Ich habe aber auch kein Video gesehen. Gehört gar nichts. Erdbeer, Ananas. Ich hätte nicht mit dieser Farbe gerechnet. Yeah, what the fuck. Zero. Sehr künstlich. Viele Zutaten. Typisch amerikanisch wahrscheinlich. In wie vielen soll ich es reintun? Erstmal nur zwei. Erstmal nur zwei. Sehr interessant. Also das wäre was für ein Mr. Fitner. Er steht auf blaue Getränke. Wäre ein Barrello? Nein. Unser Mr. Fitner. Unser Biggie. Ja. Okay, schon extrem künstlich. Das ist okay, aber ein bisschen zu langweilig. Aber Ananas kommt durch, ein bisschen Erdbeere. Riecht nach Powerade? Schmeckt nach einer abgeschwächten Version von Powerade würde ich sagen. Also es schmeckt nicht schlecht, aber es schmeckt ein bisschen lasch, ja? Ja, gell, voll lasch. Ja. Langweilig. Mhm. Ich habe dem vielleicht eine 6 von 10. Ja. Ich würde auch sagen 6. Der nächste, welchen willst du? Äh, Acai. Trauben auch sehr geil. Ich erwarte Lila. Okay. Ui. Was ist das für eine geile Farbe? Oder? Wtf kommt in dem Glas Endgut? Wir haben schon Komplimente bekommen, dass wir unsere Tastast in Weinglässern machen. Ich finde das bis jetzt die geilste Farbe von allen. Schaut dir das mal an. Sieht man es in der Kamera? Ja, voll. Boah, der schmeckt schon geil. Aber nur einer von denen ist Zero. Also vielleicht schmeckt es deswegen geiler. Ja, das ist mit Traubenzucker, Fructose, Sirup und allem drum und dran. Ja, man schmeckt direkt viel mehr Power, viel mehr Geschmack. Mhm. Den finde ich geil, weil Traube hat man nicht oft. Das ist eine geile Abwechslung. Sehr. Schmeckt sehr traubig, ja. Ich würde den nachgeben, echt solide. Ich würde den auch abgeben, ja. Kommen wir zum letzten. Das war das Limette Kiwi Apfel. Muss man schütteln oder so? Schreibt da was? Das ist ja keine Eistür oder so. Ja. Das sind isotonische Getränke. Genau. Auch eine geile Farbe. Oh, Digga. Okay, Mayweather hat gewonnen, was echt Designfarben angeht. Das ist echt crazy. Schaut mal, was ich mit? Ja, Mann. Also live kommt sie nochmal echt geil, richtig kühl. Das Glas wird so außen rum. Das kriegt diese kühle Schicht. Oh mein Gott, wie geil der nach Kiwi riecht. Riech mal. Kiwi Apfel, Mette, Alter. Der ist echt der Frische. Wow, der ist auch echt geil. Boah, ich hab noch nie so einen geilen Kiwi Geschmack in so einem Energy Drink. Okay. Also auf jeden Fall mein Favorit. Kann ich jetzt schon sagen. Mhm. Power Drink? Power Drink, okay. Der Power Drink kann man nur mit Gatorade und Powerade vergleichen, oder? Ja. Okay, die trinke ich jetzt nicht so oft. Ich find den geil. Ich würd dem echt einen neuen geben. Echt geiler Geschmack. Ich bin auch wieder positiv überrascht. Ja, ich geb dem 8,5. Bisschen besser als der Acai. Kann man machen. Kann man trinken. Die sind kalorienarm. Ja. Mit Zusatz von 4 Vitaminen. B6, B12, Niacin, Panto-Tensäure. Panto-Tensäure ist Vitamin B5. Da schreiben sie Vitamin B6 und Panto-Tensäure stammt so. Ja, damit das hier drauf passt. Weißt du, damit das einmal einen Kreis macht. Ja, kann echt sein. Alter, wir warten auf unseren Kollegen, die lahmen Leute. Er hat uns in die Falle getaubt. Er so, hey Jungs. Soll ich was auf dem Weg mitnehmen? Da denkt man ja, er ist ja aber doch bald. Ja, gerne. Und dann bin ich so, ja, machen Liste, freuen uns voll drauf, sind auch hungrig. Ja, Mann. Es vergehen so, wie viel Zeit sind sie jetzt vergangen? Stunden schon. Über eine Stunde. Über. Gefühlt wie zwei Stunden. Er so, ich fahr bald los. Alles klar. Es ist soweit gekommen, Leute. Das ist übel. Ich hatte keine Zeit gemacht. Das war ein Geschmack direkt zu mit uns. Wir können nicht mehr auf den Kollegen warten. Seid ehrlich, Freunde. Was würdet ihr machen? Ein Freund sagt, hey Leute, soll ich was auf dem Weg mitnehmen? Boah, zwei Stunden? Es hat zwei Stunden gedauert. Und wir hungern Leid. Und wir wissen immer, dass ich schon losgegangen ist. Er ist noch nicht los. Digger, richtig leidend. Shit, ey. Fünf Minuten, bevor ich darf. Fünf Minuten, bevor der Kollege sich gemeldet hat. Und gerade noch so geredet. Dass er schon McDonalds ist. Das ist der zweite interessante Kampf, Leute. Der Kiffer-Freund von Nate Diaz. Gegen Who the fuck is that guy? Wie war das da, Leute? Danke dir, Bro. So, jetzt haben wir alles da. Alle glücklich sind. Bisschen La Maschallallah. Wird schon eins zu Diva. Erdbeer, Creamy Cheese. Er schmeckt wirklich original eins zu eins. Leute, kennst du hier? Ed von Schleck. Ah ja, doch, kenn ich ja. Ach das, was man hochschiebt. Ja. Krass, Mann. Die wird hier gerade gehypt. 9 bis 10. Ich würd den öfter kaufen. Also mindestens eine 8. Sagen wir 8,5. Schön warm, crispy, süßes. Mhm. Aber die ist noch komplett frisch, gell? Wo die Diva-Kammer immer. Die sind echt gut. Ich hab auch nicht 9 von 10. Das ist schon ziemlich perfekt. Ein bisschen Zimt oben drauf. Perfekt. Das ist sehr krass. Schick den Rentner weg, Mann. Ja, Mann. Echt guter Rentner. Finish it. Ein Quattro-V-5, Schaffi. Mach echt was. Der war okay. Ja. Ich war echt nur okay. Was habt ihr erwartet? Von diesem Rentner? Ja, weil er immer... Die reden so, reden so. Ja, ich mach dies, das. Und dann denkt man, weiß das nicht. Lass mich immer wieder so verleiten. Und dann, Alter, der ist ja echt guter Rentner. Ich glaub, ich hab noch kein Outro gedreht. Das war's von mir. Baris und Lahm. Einer sehr verspäteten McDonalds-Lieferung. Jake Paul vs. Nate Diaz-Kampf. War wie erwartet. Nate Diaz hat sich sogar besser geschlagen. Und Urus-Test. Kann man sich schon mal geben? Das war's von mir. Will mal liken, subscribe, kommentieren. Check die V-Socke. Folgt mir gerne auf Instagram. Investiert in Bitcoin, die ich wie im Crypto-Cash-Programme geringe. Jeden Tag tracken, serious business. Und ciao. Das war's von mir. Ich bin oben 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 weg. Hier sehen wir nos da, wie es kommt an, wie es geht. Steig das ultrab kolme, der sieht nicht gefragt, den Turin ausser земlich. Es gibt dich, ja. Bei mir vorhaus, jemand bis zu Pickern, können, wie es dann assert потом Romer das ist. Tut Glocken. Sentier ich ja nicht in? Oder Sie È nicht mehr分鐘.